Und dann schauen wir mal. 6, 7, 4 haben wir. Stimmt das, 6, 7, 4? Kann das sein? Ach so. Ja, das kann sein. Gut, dann machen wir hier die 6, 7, 4. Ich war gerade nicht sicher. Ich habe auch beim letzten Mal aus Versehen, habe ich mich, weißt du, Maus gerutscht und habe die Folge ohne die Podcast-Files drin gepostet. Das ist immer gut. Ah, ja. Und manche Podcast-Clients machen dann, versuchen, sie wollen, das sind ja Podcast-Clients, sie können nicht anders, sie wollen irgendwas runterladen. Und irgendein Android-Podcast-Client hat sich dann dafür entschieden, statt der Bits und so Folge, einfach den YouTube-Link aus den Shownotes zu nehmen. Und das war halt ein Werbevideo von BMW. Das ist nicht gut. Von diesem i4. Ja, also das finde ich auch gut. Einfach irgendwas sich aus den Shownotes zum Unterland zu nehmen, ist einfach ziemlich konsequent. Das ist wahrscheinlich einfach die erste URL, die der irgendwo abgreifen konnte, oder? Was halt irgendwie Medienpfeile ist. Man kennt das ja auch bei WordPress, wenn man aus Versehen mal eine MP3-Datei in den Shownotes linkt. Nie machen. Dann meint ja WordPress, oh, das ist ein Podcast, das tue ich mal in die Enclosure rein. Das ist ja ein Media-Post, sofort alles veröffentlicht. Ja. Einfach sehr gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber gut, dann habe ich das nochmal anders gepostet und dann hat es gestimmt. Aber das ist immer, das ist so auch mit diesen, mit den, wie sagt man, mit diesen Podcast-Clients, die durch die Wolke sünken. Ja. Dann greift sich der Server einmal diese falsche Information und du kannst sie nicht mehr, dann ist sie halt bei allen Usern falsch. Verloren. Ja, das ist leider meh. Aber gut. Wie schnell hast du es gemerkt? Ich habe es gemerkt an dem automatischen Post, der der Slack geschickt hat. Ah, okay. Und dann habe ich gesehen, das ist auch noch gar nicht veröffentlicht. Wieso weiß das der Slack schon? Und dann habe ich, das dauert halt so maximal zehn Minuten. Ja, ja. Und die normalen Clients, die jetzt nicht YouTube-Links greifen, die haben einfach dann ja diese Folge nicht gezeigt, weil ja kein Medienpfeil drin ist. Mhm. Und, ja, aber gut. Das ist eigentlich auch clever, oder? Wenn nichts drin ist, einfach nicht zeigen. Also, weil ich kenne auch Podcast-Clients, die sagen einfach, Download schlägt fehl oder leer. Also, er sieht den Eintrag, aber er kann nichts runterladen daraus. Ja, ich habe ja auch mal, also, das war auch mal ein Problem. Vor vielen hundert Jahren habe ich ja auch Blogposts auf Bitsundso.de geschrieben, offensichtlich. Und dann haben die, ja, ja, selten, aber es ist vorgekommen. Und dann haben diese Blogposts, haben Podcasts verdrängt. Das heißt, in dem Feed war eingestellt zehn Stück. Und wenn ich halt gerade zwei Blogposts drin hatte, dann waren das nur acht Folgen. Weil? Zehn Stück im Feed. Ja, ja. Oh Gott. Ja, aber sowas macht man nicht mehr. Man bloggt nicht mehr in den Podcast-Feed rein, oder? Nein. Nein, da gibt es ja extra Feeds für. Was sind diese Feeds, von denen diese Leute sprechen? Okay. Das läuft alles. Vielleicht fangen wir mit den leichteren Themen an. Basti, dein Küchenschrank. Fantastisch. Es ist einfach fantastisch. Ich habe ja, ich habe da ein kleines Video letztes Mal noch gepostet, damit die Leute verstehen, was das Problem ist und wie die Lösung aussieht. Und dieses windige Stück Scheißdreck, was Amazon, äh, Amazon, sag ich schon, Ikea da verbaut hat, ähm, ist jetzt durch dieses massive Stück, ähm, 3D-Druck ersetzt worden. Und seitdem bewegt sich halt nichts mehr an diesem, also, es bewegt sich schon noch an diesem Drehschrank, aber nur genau das, was sich drehen soll, in die Richtung, in die sich drehen soll. Und ich meine, da sind einfach 4 Millionen Gläschen für die Kleine drin. Das haben wir gesehen. Genau. Ja. Das ist wahrscheinlich eine schockierende Menge an Zeug, die da drin sind. Das ist der, der Nasch- und Gläschenschrank, also da. Also Nasch für dich, oder? Ja. Natürlich. Das ist eine schockierende Menge an Zeug, die da drin sind. Dieses Originalstück von Ikea ist ja eine Frechheit. Das ist wirklich der größte Litz. Also ich habe, weißt du, ich habe so, ich habe so Messbecherlöffel für, für, für Kaffee. Die ganze Küche. Voll erzeugt aus dem Schrank. Also zum einen ist das vielleicht maximal ein Viertel der Küche. Ja, es sieht halt auch einfach, durch den Kameraschwenk, den du machst, der ist einfach so. Ja, der war schon natürlich ein bisschen beabsichtigt, dass es so aussieht. Was ein bisschen lustig ist, dieses, ich habe, ich habe den Durchmesser dieses Rohrs gemessen und das war, und eigentlich hätte da ein bisschen Spiel sein müssen. Also entweder habe ich mich vermessen oder der Drucker hat ein bisschen Spiel. Und man bekommt dieses, dieses Stück Metall da gerade so rein. Und dann sitzt es bombenfest. Und eigentlich sollte sich das drin drehen können. Da dachte ich mir, das ist natürlich jetzt doof und ich kann das jetzt auch nicht sinnvoll ausschleifen, weil nicht, dass es dann irgendwie instabil wird. Aber nachdem das eh zwei so Rohre sind, die ineinander gesteckt sind, habe ich mir gedacht, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe das Rohr da rein gehämmert und habe es noch mit Kleber versehen. Und jetzt sitzt das Rohr einfach bombenfest in diesem Stück Plastik. Und die zwei Rohre sind einfach nicht mehr ineinander verschraubt. Und so drehen sich halt jetzt die Rohre übereinander, weil die auch Spiel haben. Und das ist jetzt genauso gut. Und ja, also ich bin sehr, sehr begeistert und das bewegt sich einfach nicht mehr. Ich habe da vier Schrauben reingeschossen in diese Halterung oben. Habe dann festgestellt, dass der Fuß unten auch lose ist. Der ist ähnlich schäbig wie dieses Ding oben. Aber mit zwei weiteren Schrauben und nachdem der ja tatsächlich einfach nur Kraft nach unten, also er wird immer nach unten gepresst von dem Ding, ist es nicht weiter schlimm. Und jetzt, wo sich nicht mehr dieses Ding die ganze Zeit hin und her bewegen kann, hat der auch plötzlich keine seitlichen Kräfte mehr drauf, die er wegblocken muss. Und genau, das ist von daher ziemlich gut alles. Dann habe ich nachgeschaut. Ich habe ja gerade erst vor einem Jahr oder so diese Dinger zusammengebaut, die neue Version von diesem Schrank. Und ich habe schon wieder vergessen, was da für ein Stück Plastik drin war. Und das ist ein bisschen eine stabilere Version als das, was du da hast. Ein kleines bisschen stabiler, aber nicht wirklich. Also früher oder später wird das auch aufgeben und wegknicken. Also, naja. Ja, äh, sonst war irgendwas, irgendwelche, nein, nein. Bei, Alex, bei dir ist jetzt ja gerade große, äh, Kalserikernit, ähm, Stimmung wahrscheinlich. Diese, ähm. Also, Vicky, wie lange wohnst du jetzt in Finnland? Was für eine Stimmung? Kalserikernit? Wahrscheinlich spricht so Bastino falsch aus. Ja, selbstverständlich. Das ist das finnische Wort für, ähm, zu Hause ohne Hose rumsitzen und sich betrinken. Das ist, äh, komplett falsch ausgesprochen, aber ich könnte dich nicht korrigieren. Das ist korrekt, richtig ab. Ich habe mir extra YouTube-Videos angeschaut. Oh, okay, okay. Ähm, ja, aber das ist eher so eine Partystimmung. Und ich weiß nicht, so Partystimmung. Alleine zu Hause sitzen und sich betrinken? Das klingt für mich eher wie, ich habe Depressionen. Aber hey. Nee, das ist definitiv in der Kategorie Party. Okay, Finnland funktioniert anders offensichtlich. Was machst du am Samstagabend? Das. Ähm, nee, weiß nicht. Es ist halt genau so eine wilde Stimmung irgendwie. Ich meine, dass das Lustige ist, ich bin heute auch ins Büro gelaufen und so weiter. Also, es sind ja schon hier eh wenig Leute auf den Straßen. So, ähm, jetzt kommen jetzt diese zwei, drei, die man normalerweise sieht, sind jetzt noch zusätzlich vielleicht nicht da oder so. Es wirkt schon, also mit der Zeitgeistwahrnehmung schon alles sehr lustig. Also, es wird ja viel gesprochen über, über Telearbeit, ja. Also, ich weiß nicht, dass, also, die Amerikaner sagen vielleicht Work from Home. Wir sagen hier Telearbeit. Telearbeit ist aber auch... Hier sagt niemand Telearbeit. Nein. Niemand. Es, es stimmt. In der Unzuversung GmbH ist wahrscheinlich Telearbeit. Timo hat recht, ist offiziell Telearbeit. Ja, offiziell, aber... Nein, das heißt so, weil das niemand machen kann. Wie heißt das Telearbeit und Teleunterricht? Das sind aber völlig unmögliche Dinge. Und Telekolleg zum Beispiel. Ja, also, Telekolleg war ich auch sehr erstaunt. Ihr kennt sicherlich den, den, den Herrn von Telekolleg Englisch. Das ist so ein Typ mit Bart aus den 80ern offensichtlich, die Aufnahmen. Und der bringt halt seit den 80ern den Kids und den, wem auch immer, Telekolleg da ansprechen soll, die... Und das ist halt ein Engländer. Und irgendwann an der Uni, an der Uni-Zeit war ich mal auf einer, das ist auch schon ein bisschen her, aber das war auf einer LAN-Party, Counter-Strike gespielt. Schon ein bisschen her, oder? Ja, ein bisschen her. Und einer von den Teilnehmern, der da mich gerade über den Haufen geschossen hat, erzählt mir, dass der Typ vom Telekolleg, der Engländer mit dem Bart, das ist sein Vater. Was? Sehr gut. Ihr kennt den, ihr habt den alle hundertmal gesehen. Ja. Wahrscheinlich. Ja, hier. Ah ja. Ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Okay. So sah wahrscheinlich ähnlich aus. Ja, nur, dass der halt fett-bayerisch gesprochen hat. Telekolleg bayerisch. Ah ja. Lustig. Ja. Hat mich halt gerade über den Haufen geschossen. Er stirbt, du Depp. Ach ja. Telekolleg auch schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht war das auch erfunden und das ist überhaupt nicht sein Vater. Ich habe das nicht konzentriert. Aber wäre eine Super-Story einfach. Ja, gut. Ich meine, manche Sachen kontrolliert man, manche kann man auch einfach hinnehmen, oder? Ja, definitiv. Das ist einfach auch so okay. Aber wieso würde er es erfinden? Ja, das stimmt. Das ist schon ziemlich irre Erfindung. Ja, ich weiß nicht, wann diese La-Party war. Aber es gab ja so Zeiten, da waren Typen, die so aussahen wie er, waren einfach so auf eine seltsame Art und Weise ein Sexsymbol. Sexsymbol. Naja. Weiß nicht. In so einer Beatnik-Ära vielleicht. Auf jeden Fall, ich habe da kurz reingeschaut, da neulich vor ein paar Wochen nochmal in die erste Folge oder so und es ist schon sehr langsam und dröge und vielleicht wäre es da ein bisschen mehr, also Telekolleg und Telearbeit. Und wir haben, also Telearbeit war so ein Ding aus den 80ern vielleicht, oder ist das mit ISDN? Haben Sie sich damit mit ISDN vorgestellt, dass man vielleicht Telearbeit haben kann? Moment mal, da fällt mir gerade ein fantastischer Werbespot ein. Ja, sprechen Sie weiter, ich suche das mal. Aber das, das gab es ja nie, also das ist ja, das ist ja nie, also gefühlt zumindest war das nie Wirklichkeit in den Frühen Zeiten. Ich glaube auch nicht. Was haben Sie sich denn damals vorgestellt? Ich weiß es auch nicht. Nee, ja, das kriege ich auch nicht mehr zusammen, wie das so, wie die, wie diese ursprüngliche Idee davon war, was, wie das genau funktioniert. Ich glaube, es ist ja heute immer noch relativ schwer greifbar für viele. Offensichtlich. Also ich meine, wenn du, auch wenn du auch jetzt so diese Flut an Artikeln über Work from Home liest, da hast du ja wirklich das Gefühl, dass das eine Sensation, eine neue Sensation, von der noch nie jemand was gehört hat. Und das, also da sind offensichtlich viele Unklarheiten und Missverständnisse und Verwirrungen und ein ganzer Berg an Fragezeichen vor allem auch. Also das ist, also offensichtlich ist es, ich glaube, es ist für eine Minderheit, ist das einfach eine super alte Realität, die einfach nur so, ja, ist halt so. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals nicht Work from Home gemacht habe. Ich kann mich intensiv an die kurze Zeit erinnern, wo ich nicht Work from Home gemacht habe. Es war furchtbar, es war ganz schlimm. Ja, also ich meine, deshalb, aber es bleibt halt so, dass der Kreis, ich meine, wir sind, wir sind vier, ist vielleicht natürlich sehr überrepräsentiert in dieser Runde aus vier und es ist dieser Work from Home Faktor sehr überrepräsentiert. Aber ich glaube sonst, ich meine, ich weiß nicht, in Deutschland wie hoch der Faktor der, also ich meine, Home Office gibt es schon, also ich meine, so im IT und im, ich weiß nicht, also auch im, zumindest so grob im IT-Bereich ist das ja alles, glaube ich, triffst du in Deutschland schon auch viele, je nachdem, Freiberufler natürlich sowieso bis zu einem gewissen Grad. Also da gibt es schon viele, die natürlich für die Home Office auch eine Selbstverständlichkeit ist, zumindest mal für ein paar Tage in der Woche, aber da ist es, glaube ich, schon angekommen. Aber ist da ein Unterschied zwischen Home Office, wo du halt einen Tag in der Woche zu Hause bleibst oder wenn du irgendeinen Arzttermin hast und dann einen halben Tag zu Hause machst oder halt so einen Job hast, wo du einfach nie im Büro, also komplett remote bist und nie in deinem Büro sitzt und deine Firma sitzt in Amerika und du arbeitest hier vorm Strand in Thailand? Ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist, ja, weil diese halbe Tage, die werden anders angegangen und so weiter. Es ist lustig, über was für Artikel man so stoppert dieser Tag, also ich lese sie alle sehr gerne, muss ich sagen, diese Empfehlung, was man tun sollte, wenn man jetzt von zu Hause arbeiten muss, weißt du, und ich denke mir jedes Mal so, da steckt bestimmt eine gute Information drin. Das ist irgendwie so, dann irgendwie so, kaufen Sie weniger Eiscreme, schauen Sie kein Netflix während der, das ist so Sachen, so denkst du, ey, was? Ja, so eher so eine Lebensweise. Ja, ja, super Überlebenstipps, Überlebenstipps, ja. Leute, die irgendwie zu Hause, so wenn du zu Hause, so wenn du zu Hause, so wenn du zu Hause bist, irgendwie Leute irgendwie völlig die Kontrolle über sich verlieren, dass du irgendwie so ohne Hose einfach vor der Tiefkühltruhe so eins in sich reinsteigen, aber nur dann mal eben aus Notebooks und Netflix schauen. Hast du keine Kamera oder was? Teil davon könnte Realität sein. Bestimmt, das ist ja nicht schlimm. Der Basti ist hier heute vor meinem Zaun rumgeschlichen. Ja. Wieso oft? Das rumgeschlichen? Ich bin da einfach vorbeigelaufen und habe Hühnereier eingesammelt. Und ich meine, du weißt, was ich heute für eine Hose anhabe. Was? Das war keine Hose. Ach ja. Ja, ja. Ja, das ist vermutlich deine normale Homepage. Homeoffice-Hose. Aber sind wir mal ganz ehrlich, meistens, wenn ich, also wir haben ja bei uns eine sehr, eine sehr flexible Homeoffice-Regelung in der Firma. Und das heißt, wenn ich jetzt heute sage, ich muss Homeoffice machen oder ich muss morgen Homeoffice machen. Wir haben zwar so ein Online-Tool, wo man das beantragt. Nein. Ich wüsste aber keinen Grund, den es da geben sollte, warum mein Chef sagen sollte, nö. Und in der Regel ist es so, ich beantrage Homeoffice und drei Sekunden später hat, er kriegt dann eine Mail und der ist immer, immer online. Und drei Sekunden später ist der Antrag durch und dann bist du halt zu Hause und so gegeben. Homeoffice heißt für mich natürlich schon oft hier dasselbe wie Podcast-Office, dass ich hier mit der Jogginghose rumsitze. Und das ist auch völlig okay. Aber ja, diese Hinweise zieht dir was halbwegs Vernünftiges an. Es macht einfach, also das, ich meine, das ist vielleicht für euch alles tatsächlich ein bisschen anders, weil ihr arbeitet natürlich im Zweifel auch nochmal anders, als wenn du halt in der Firma arbeitest, wo du normalerweise jeden Tag irgendwie Leute siehst. Aber es macht schon einen Unterschied, so für deine, für deinen persönlich, also für deinen persönlich, ob man jetzt irgendwie einen Schlafanzug anhat, den ganzen Tag. Ja, klar. Oder ob man halt seine vernünftige Klamotten anhat. Also es ist schon oft, also ich sag mal so, von fünf Homeoffice-Tagen habe ich an vier auch eine normale Hose an. Also wenn das schockierend klingen mag, aber ja. Nee, nee, also das Lustige ist ja, dass wenn man anfängt irgendwie von zu Hause zu arbeiten, dann muss man sich das ja alles irgendwie angewöhnen, antrainieren und halt auch ein bisschen einfach lernen irgendwie so. Und ich weiß nicht, ich kriege das gar nicht so mit halt von vielen Leuten und die sind zum Beispiel überraschend, das finde ich, glaube ich, also kann ich ernsthaft nachvollziehen, ist irgendwie so, die Zeit, wann man arbeitet und wann nicht, das hat bei mir, ja, das hat Jahre gedauert, um das einzuschleifen und zu spielen und so weiter. Und ich meine, ich habe ja auch ein separates Office, das muss man ja auch irgendwie sagen, ich nehme mir die Entscheidung dann so ein bisschen leicht. Also ich bin nicht mehr so strikt zu Hause, aber das hat wirklich lange gedauert. Und Leute, die jetzt die erste Woche jetzt oder die ersten zwei Wochen sind oder so, weißt du, wenn die dann irgendwie dann abends um zehn irgendwie Mails beantworten und so, denkst du dir, ja, hast halt, weißt du, ist halt eine Gewöhnungsgesache. Und du musst halt dann irgendwie, du musst dann wirklich mit diesen Do Not Disturb Sachen irgendwie Einstellungen klarkommen und so weiter. Weil dieses nicht nachdenken, du gehst in eine Firma, dann arbeitest du, nicht nachdenken, dann gehst du nach Hause und brauchst nicht mehr arbeiten, so, das fällt halt weg. Und das ist halt, ich finde es völlig nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was sich die Leute in den 80ern unserer Telearbeit vorgestellt haben, aber wir müssen ja jetzt alle ein bisschen umdenken in der aktuellen Situation und wir müssen offensichtlich von den Japanern lernen. Ja, also die Japaner, habe ich gelesen, da wäre jetzt ein Ding, dass man sich halt nicht in die Kneipe setzt und ein Bier zusammentrinkt, sondern dass man es online tut. Und jetzt sagt man dort auf Japanisch, dass wenn man es online tut, man setzt da die Silbe on davor. Ja, so wie wir in Deutschland vor ein entferntes Dings dann eben ein Tele setzen. Ich folge dir. Ja, und die, sprich also, wenn die Japaner also trinken, das heißt Nomi, dann machen sie on Nomi und dann trinken sie zusammen online. Ja, und wenn wir in Deutschland hier offensichtlich über die Entfernung nur miteinander ein Bier trinken können, ist es offensichtlich Telebier. Ja, offensichtlich. Dein Telebier ist aber zu. Ich trinke das jetzt nicht sofort, weil wir müssen ja noch arbeiten. Aber das ist meinst du schon offenbar. Da sieht man die unterschiedlichen Rangehensweisen. Ja, und ich wollte gerade eben sagen, Produktivität hängt nicht von der Hosenwahl ab, wollte ich eben sagen. Aber vielleicht von der Bierwahl vielleicht schon. Also ich bin dafür, dass wir Telebier hier einführen, um zumindest eine virtuelle Geselligkeit hier herzustellen. Ja, wenn das schon echt nichts wird. Deswegen sitzt der Basti auch wieder alleine da. Also ich habe ja, ich habe gerade eben, weil wir gerade darüber geredet haben und ich es vergessen habe, mein Homeoffice-Antrag für die kommende Woche eingereicht. Entschuldigung, mein Telearbeits... Ja, Telearbeitsantrag. Das Antrag, ist das noch weit genug in den 70ern, dass man dieses Wort benutzen kann für das Wort Telearbeit? Ja, also ich habe da mein Tele-Beantragungsschreiben übermittelt und ich denke, ich fange jetzt schon wieder direkt damit an und mache jetzt hier Telearbeit hier auch für diesen Podcast. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Ich habe gerade, wer sich wundert, warum sich die Kameraeinstellung geändert hat, zwischendrin kam hier meine Frau rein. Und ich habe ihr hier den ganzen Tisch gedreht vor einiger Weile und dann hat sie da hinten hier irgendwie rumgegruschtelt und dann meine ich so zu ihr, dir ist schon klar, dass man dich jetzt dann im Stream sehen kann, sollte ich was sagen. Warum hast du denn den Tisch hier so umgestellt? Das ist das allerletzte. Und dann musste ich jetzt wieder kurz mal den Monitor auf die Seite drehen, damit sie da hinten rumgruschteln kann, weil sie natürlich auch eine Telearbeitshose anhatte. Die Telearbeitshosen. Ja, aber ganz ernsthaft, also Sander macht manchmal Homeoffice-Tage, aber Homeoffice sind halt so ein paar Tage, wo du halt irgendwie kannst halt mit meinem Laptop auf dem Esstisch ausarbeiten und so weiter. Jetzt irgendwie für die Zeit habe ich halt Monitor nach Hause geschleppt, weil es halt nicht mehr auf Dauer, liegst halt nicht, weißt du, auf Dauer auf dem Bett und tippst dann irgendwie liegend oder so, weil das halt irgendwie, diese dauerhafte Geschichte ist schon ein erheblicher Unterschied. Ja, das stimmt natürlich. Ist klar, das stimmt. Und das macht natürlich auch den Unterschied zwischen irgendwie ein, zwei, drei Tagen Homeoffice in der Woche und halt wirklich komplett von zu Hause arbeiten, macht sicher einen erheblichen Unterschied. Also es ist schon, also wir haben ja bei uns in der Firma ein ganzes Team, das ausschließlich remote ist. Also wir haben damals, wir haben ein Entwicklungsteam ja komplett ausgelagert, weil wir hatten mal so ein Hybrid-Team, wo ein, zwei Leute nicht bei uns im Büro in München waren, sondern die waren halt extern. Also nicht in sofern extern, sondern die waren schon angestellt bei uns, aber die waren halt nicht im Büro und die waren halt per Telearbeit zugeschalten, konnten uns natürlich jederzeit irgendwie per An-Video-Callen oder wir haben ja einen Slack, wo viel kommuniziert wird, haben wir halt dann natürlich festgestellt, wenn du in einem Team die Telearbeitsperson bist, dann verlierst du halt immer im Vergleich. Also du kriegst den ganzen Flurfunk nicht mit, wenn man mal schnell auch im Büro hier der eine zum anderen sagt, hey, wollen wir das Komponente A, B nicht so und so bauen lieber und der andere sagt, ja, und was ist, wenn wir das und das machen und dann wird halt zwei Minuten über irgendwas diskutiert und dann stellt man raus, ja, die Lösung so und so ist vermutlich die bessere. Gibt es nicht solche Sachen, dass du, dass du den, die entfernten Mitarbeiter, wenn jetzt wirklich nur einer aus dem Team fehlt und der Rest sitzt da, dass du den halt permanent zugeschaltet hast? Ja, schon, aber das Problem an der Sache ist natürlich, du bist im Zweifel, wenn du zu Hause bist, bist du natürlich auch nochmal ganz, also du kriegst natürlich nicht mit, dass irgendwas sonst passiert und klar kannst du, also wir haben bei uns im Büro, haben wir ein, wir haben da so einen Rechner stehen, wo so Statusboards rumfliegen und was ist sich irgendwas und da läuft auch dauerhaft ein Zoom. Das heißt, du kannst jederzeit bei uns einfach im Büro anrufen und bist dann da. Jetzt muss die Person das aber auch machen und zum anderen sitzt du dann an deinem Rechner zu Hause und die ganze Zeit guckt dir eine Kamera zu. Das ist total seltsam und du bist ja trotzdem nicht da und du kriegst und das heißt, du müsstest im Zweifel auch immer Kopfhörer aufhaben, dein Rechner braucht, muss die ganze Zeit, ist die ganze Zeit damit beschäftigt, im Hintergrund Video zu encodieren und wegzuschicken und zu dekodieren und so weiter und so fort. Das ist also auch nicht so geil und irgendwie ist das nicht so cool, wie im Büro zu sitzen und wir haben damals halt für uns gesagt, also ja, Remote macht schon Sinn, weil zum einen die Menge an bezahlbaren, passenden Entwicklern in München, die geht halt gegen Null oder die ist halt einfach nicht so gut und das ist aber woanders in Deutschland komplett anders. Und wenn wir jetzt plötzlich sagen, uns ist einfach komplett egal, wo die Person sitzt und ob die jetzt irgendwie in Köln sitzt, in Berlin sitzt, in Luxemburg sitzt, in Stuttgart sitzt, in Weißichen, wo sitzt, ist uns einfach egal, dann haben wir gesagt, dann lass uns mal ein Team bauen, das komplett remote ist. Also da ist der Product Owner sitzt remote, da sitzen die Entwickler remote und zwar und niemand, wir haben das so ausgesucht, dass keiner, keine zwei Leute in derselben Stadt sitzen, weil sonst könnten die natürlich wieder auf die Idee kommen, lass uns mal jeden Tag einfach in einem Coworking Space oder in meinem Büro treffen oder so und dann hast du dasselbe Problem wieder erzeugt, das wir halt vorher hatten. Also man muss natürlich sagen, das funktioniert viel besser als diese Hybrid-Variante, also jeder, der halt Teil eines Teams ist, wo ein großer Teil irgendwie on-premises in einem Büro sitzt, der hat immer ein bisschen verloren und diese Variante funktioniert viel besser, aber es ist super anstrengend für die Leute, weil klar, die Hürde, sich online zu treffen, ist relativ gering und du musst dir auch keinen Meeting-Raum suchen oder so, aber jedes Mal, wenn du mit einer anderen Abteilung interfacen willst, in irgendeiner Form, dann wird es schon wieder ein bisschen zum Pain und du bist natürlich immer allein, das hat einen Vorteil, also gerade wenn du jetzt überlegst irgendwie, ich zum Beispiel, ich habe jetzt ein Kind und ich freue mich natürlich, wenn ich Homeoffice habe, dass ich zwischendrin mal kurz runtergehen kann und kurz Quatsch mit dem Kind machen kann, das ist ganz fantastisch, aber auf der anderen Seite hast du natürlich nie oder fast nie jemanden, mit dem du sozial interagieren kannst, also so direkt, das ist schon nochmal ein Unterschied, also ich meine, wir sehen das jetzt hier, das ist, ich finde, also für mich ist das schon ein Unterschied, ob ich jetzt hier in ein Kamerabild reingucke und da reinschaue und mal jemand anders sehen kann, wenn ich nicht rede oder ob ich halt jetzt mit Timo zusammen im Studio sitze und dann einen Screen habe, wo ich jeden auch gleichzeitig sehen kann, das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Ja, das lässt sich natürlich einrichten, dass das alle immer alle sehen können und dass du halt dann auch Mittagessen zusammen machst. Ja, dann wird halt irgendwie simultan Pizza bestellt und dann isst man halt auch zu viert auf dem Stream. Ich glaube, das ist halt, ich glaube, die größte. Telepizza. Telepizza und Televier. Es ist fast dasselbe, ja, ja. Ich glaube, ernsthaft, also ich meine, Steve Jobs war ja auch kein Freund von Remote Work und ich glaube, das kannst du halt nicht messen, was verloren geht, wenn du halt nicht ineinander bumpst, so irgendwie in der Küche oder am Watercooler, also irgendwie dann halt Leute, die an Projekten arbeiten, mit denen du nichts zu tun hast. Genau. Und du tauschst dich irgendwie kurz aus. Es kommt halt sehr auf die Arbeit an, die man irgendwie tut und was für ein Teams man arbeitet und so weiter. Aber diese Kreativität, die dann eventuell entsteht oder irgendwie kreative Verkreuzungen, die finden halt nicht statt. Ja. Und es ist sehr umstritten, also oder es kommt, nee, nicht umstritten, es kommt wirklich auf die Arbeit an, ob es produktiver ist, so alleine konzentriert zu arbeiten und ob es nicht besser ist, halt so eine Hybridlösung zu finden halt. Selbst so eine Firma wie, hier, WordPress, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die sind ja komplett automatic, die sind ja komplett remote, da sitzt ja keiner am gleichen Platz. Die sind komplett automatic. Die sind komplett automatisiert. Selbst die haben, die kommen halt einmal im Jahr für mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate zusammen, um dann halt Sachen durchzusprechen und ein Bier zu trinken und so weiter. Und die sitzen halt komplett verstreut normalerweise. Also diese, da gibt es schon was, da zusammenzukommen, ist schon nicht so, kannst du nicht einfach komplett abschaffen. Und da ist schon ein gewisser Wert vorhanden, definitiv. Aber das hat ein Hörerschick gerade einen Teleprost, der trinkt mit. Sehr, sehr gut. Teleprost zurück. Ja, ich meine, das ist natürlich eine schöne Mischung auch, der Ansatz zu sagen, dass du, ja, dass du machst halt entfernt, dass jeder arbeitet für sich in Anführungszeichen und zugleich triffst du dich halt ein-, zweimal im Jahr für eine längere Zeit, um halt entsprechende Teamarbeit zu machen für die Sachen. Weil es gibt ja definitiv, also ich meine, das schlägt ja immerhin, das Problem ist ja, dass es immerhin das eine oder andere extrem ausschlagen kann. Genauso wie die endlosen Meetings, die halt, ja, wo man sich fragt, wo denn irgendwo noch Produktivität aus denen rausfällt. Also auch In-Personen-Meetings in andauernder Form sind ja kein Garant dafür, dass irgendwie Hyperproduktivität einkehrt. Also es ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und ja, so wie du auch gesagt hast, Alex, es liegt natürlich auch stark daran, was für eine Art von Produkt gearbeitet wird. Ich meine, Automatics zum Beispiel ist, ich meine, auch sehr eine ganz andere Firma als jetzt irgendwie Apple oder irgendwie eine Hardware-Bude, die halt Hardware, an Hardware arbeitet, ist ja vielleicht nochmal eine ganz andere Kiste, als wenn du jetzt, ja, wenn du halt Software oder nur ein pures Softwareprodukt halt entwickelst. Also da sind sicher einzelne Herausforderungen. Oder ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie eine Versicherung bist, hast du ja ganz andere Voraussetzungen oder irgendwas Juristisches machst. Ich weiß nicht genau, was da die Vor- und Nachteile davon sind, wenn Leute da für sich zu Hause oder halt in einem eigenen Büro sitzen. Ich glaube, bei der Entwicklung war das Thimbleweed Park, wo sie, was waren das, drei Leute oder was? Ja, ja. Kern-Team irgendwie, was sie auch so über die Welt verteilt hatten, dass die halt rund um die Uhr arbeiten konnten. Die hatten halt im Wesentlichen, glaube ich, nur ein Slack oder Discord oder irgendwas zum Chatten, Dropbox für die Files. Und dann haben sie sich halt, so der eine schmeißt halt irgendwie die neuen Assets in die Dropbox rein und der nächste kann die dann über Nacht verarbeiten und neuen Code schreiben und so ein Zeug. Und dadurch haben sie halt gemeint, wäre das halt alles viel schneller gegangen, weil sie drei Schichten fahren konnten sozusagen. Ja. Ich meine, sowas geht natürlich schon. Also ich glaube schon, dass das generell in der Softwareentwicklung sowas schon eher möglich ist, weil, also ich sehe es bei uns, wir haben dann schon öfter mal irgendwie, dass halt jeder Entwickler, weiß ich nicht, vier Stunden lang quasi nicht ansprechbar ist, weil halt Gehirn und so weiter in Betrieb ist. Und da ist es sicherlich auch manchmal deutlich einfacher, wenn man alleine zu Hause sitzt und alleine halt rumsitzt und über Dinge nachdenken kann und einen da halt niemand stört. Also ich meine, ich sehe es halt jetzt bei uns, da quatscht halt dann jemand und erzählt zum 40. Mal die Geschichte von letztem Jahr aus dem Ferienlager. Und das ist auch völlig okay, aber es geht einem halt manchmal dann auf den Sack und dann setzt du Kopfhörer auf und dann hast du nicht die Sony oder die Bose-Dinger, die so gut sind, sondern irgendwie nur günstige Kopfhörer und dann machen die nicht so gut dicht und dann kriegst du es trotzdem mit und bist ein bisschen abgelenkt. Passiert dir daheim nicht, weil dann machst du einfach keinen Videochat an und alles ist gut. Also hat Vor- und Nachteile. Ich habe gerade heute einen Fall mitbekommen, nicht hier, sondern in UK, wo die Firma beschlossen hat, irgendwie so ja hier alle, die remote arbeiten können, sollen das tun. Und ein Manager von einem, ist nicht wirklich Callcenter, aber so ein Servicecenter, wo du halt Anrufe entgegennimmst, meinte irgendwie so, das haben wir noch nie gemacht, weißt du, das machen wir auch jetzt. Also das geht ja gar nicht, ne? Und ich meine, das ist halt so ein Callcenter, in Anführungszeichen, wo du am Telefon sitzen musst und Anrufe entgegen musst. Das kannst du halt, weißt du, kannst du von überall machen. Ja, natürlich. Das ist halt irgendwie geweigert und wurde dann irgendwie letztendlich überstimmt, weil das Quatsch ist. Aber ich glaube, so eine Flexibilität im Umdenken und so weiter, die ist halt in vielen Branchen, wo es denn gehen würde, dann halt auch, ja, die ist noch nicht eingekehrt. Und ich glaube, dass, also wenn man was Gutes rausziehen kann aus der ganzen Nummer, da ändert sich gerade irgendwie einiges. Auch zum Beispiel habe ich von größeren Firmen gehört, die jetzt mit Infrastrukturproblemen zu tun haben, wenn sich alle irgendwie ins, halt von außen einwählen wollen, über ihr ins lokale Netzwerk, dass das noch nie zu viele Leute von außerhalb gemacht haben und irgendwie Firmen gestoßen an ihre Grenzen, weil das ist noch nie vorgekommen, dass so viele gleichzeitig von außen und dann denkst du dir so, das musst du doch skaliert bekommen und so. Natürlich, aber ist halt keiner darauf eingestellt, dass es plötzlich alle machen so. Und ja, es ist relativ lustig mit den Herausforderungen. Ja, das, also ich meine, das steht und fällt natürlich auch mit einer IT-Abteilung, die mit sowas umgehen kann. Weil klar kann man natürlich, wenn es jetzt von heute auf morgen kommt, dann ist es sicherlich schwierig, sowas halt hinzubekommen und halt abschätzen können, also abschätzen zu können, was man da halt, ja, was man da tut und wie das alles funktioniert und was weiß ich irgendwas. Also es kann, wenn du halt natürlich deine IT-Abteilung aus jemandem besteht, der mit einem MDM-System umgehen kann und das war es halt dann, dann hast du sicherlich schnell ein Problem, wenn die Person dann sagt, oh, mach mal bitte Telearbeit für alle und dann sagt sie, okay, ich setze mal einen VPN-Server auf und dann stellt sich halt raus, dass die Leitung nicht dick genug ist oder dass der Server, der das VPN macht, das nicht hinbekommt. Wenn du natürlich Leute hast, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als hochverfügbare Systeme zu warten und so weiter und so fort und die halt auch wissen, wie ein VPN funktioniert, hast du natürlich, was das angeht, überhaupt kein Problem. Dann setzen die mal nebenbei schnell so ein VPN-System auf, wo deine Mitarbeiter sich einwählen können und dann ist es auch gut und alles funktioniert ohne Probleme. Tja nun, ist eigentlich schon für die Sendung gewesen, aber egal. Es ist ein allgegenwärtiges Thema, ich meine, das kannst du wahrscheinlich auch gar nicht abkapseln. Wahrscheinlich, ja. Also die Woche war schon interessant irgendwie, das Jahr wird interessant, sagen wir es mal so, also interessant in großen Anführungszeichen. Die Woche hat sich vor allem schon wie ein Jahr für sich angefühlt. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das letzte Mal schon gesagt hast, aber so die, ich bin ja durchaus jemand, der mit so Newsflut umgehen kann, so zu uns gefühlt, aber das war mental irgendwie sehr viel diese Woche. Ich habe die Kontrolle verloren diese Woche, muss ich echt sagen, also das war wirklich, das war zu haarsträumend, das geht einfach nicht mehr. Das ist eine Geschwindigkeit und eine Newsflut, die du eigentlich dir und deinem Gehirn und deinem ganzen Befinden nicht mehr zumuten kannst, ohne irgendeine seltsame Form von Schaden daran zu nehmen, das geht einfach nicht. Ja, ist lustig. Also das war zumindest meine Konsequenz davon, also ich muss da irgendwie, muss mich da, muss da mal einen Schlussstrich drunter ziehen, weil es hat einfach keinen Sinn mehr. Und an einem gewissen Punkt hast du auch keinen ernsthaften neuen Erkenntnis, also für dich keine persönlich verwertbaren Erkenntnisse mehr. Also ich meine, die wievielste Meldung zu Grenzschließungen und die wievielste wahrscheinlich falsche Hochrechnung zu irgendwas willst du lesen, also, ja. Ja, du, du hast halt jetzt vielleicht zum ersten Mal halt die Möglichkeit wirklich auch jeden Dreck hinterher zu lesen. Ja. Du liest irgendwie X und dann kannst du jetzt nachsehen, stimmt das überhaupt, wo ist die Quelle, wer hat das geschrieben, wieso hat er das geschrieben, ist das, ähm, ich habe so ein paar Sachen gesehen, äh, auch gerade auf Twitter, wo so, sah erst mal irgendwie plausibel aus. So, kann gut sein, stimmt wahrscheinlich auch, ist vielleicht auch sogar richtig, aber dann in den Account reingeschaut, der das gepostet hat, zwei Klicks weiter und zack, Nazis. Ja, kann nicht gut sein, kann nicht gut sein. Und, ähm, ich, ich, das, das macht mir jetzt auch so, so ein bisschen, ein bisschen Probleme irgendwie, wieso postet der das? Ja, also, weil, der, der, der Account, der postet diese, erst mal, okaye Meldung, das scheint okay zu sein, aus einer seriösen Quelle, zweit wie zweiter, irgendwie Nazi-Dreck. Mhm. Was verfolgt der für ein Ziel? Weil ansonsten ist das ja eher Missinformation. Aber stimmt, stimmt das dann wirklich, was er da, oder stimmt das halt nicht? Naja, also, ich meine, der Weg von Nazi-Dreck zu Missinformation, der ist ja nicht weit. Also, nee, nee, also, das meine ich ja, das meine ich ja, das ist, äh, und dazwischen ist halt was, was wahrscheinlich okay ist, was wahrscheinlich stimmt. Ja. Und deswegen ist es mir halt in die Timeline reingespült worden. Ja. Aber, äh, irgendwas ist da, ist da sehr faul. Und das ist noch lang, bevor wir jetzt über diese WhatsApp-Kettenbriefgeschichten reden, die ich nicht erhalten habe, zum Glück, aber über die ich gelesen habe. Ich schon, ich schon. Basti, natürlich. Ja, natürlich ist das möglich, Basti. Ja, was ist da los, Basti? Also, Leute kündigen raus, also, aus der Familie verband. Ja, nicht aus der Familie. Ganz im Ernst, wenn das aus meiner Familie gekommen wäre, dann wäre aber hier... Achterbahn gewesen, das kann ich dir sagen. Da hätte ich mich, äh, mich aufs Lastenrad gesetzt und hätte die Tür eingefahren bei den Personen. Naja, man ist halt, man ist halt, äh, ich weiß, ihr kennt das nicht, aber man ist halt in so WhatsApp-Gruppen. Und dann fängt plötzlich jemand an, halt, diese Scheiße zu teilen, so, hey, die Uniklinik Wien hat rausgefunden, dass Ibo-Hofen-Corona hat. Und das ist halt so eine Sprachnachricht. Und dann, dann fragst du, stellen sich natürlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, irgendwer hat diese Sprachnachricht aufgenommen und sich diese Scheiße ausgedacht. Weil, ähm, ne, weil das fängt an, ein Freund oder eine Freundin von mir, die arbeitet in der Uniklinik Wien und hier folgendes, bla bla bla. Ähm, und da kam das raus und, ähm, ist eine sehr lange Nachricht und die Eltern damit, und das werdet ihr nie irgendwo gedruckt lesen, weil, äh, sonst klagen die Pharmafirmen. Natürlich, besonders die Pharmafirmen, die nichts anderes tun, als nur Ibo-Hofen verkaufen und, weil in dieser Post sagt noch, dann kauf doch Paracetamol, weil das kein Problem. Und diese Pharmafirmen, die nur Ibo-Hofen haben und kein Paracetamol, die klagen dann, weil, also, macht keinen Sinn. Und dann, also, das erste, die Frage ist mir, warum nehm ich das auf? Warum teile ich das? Das, das macht, also, klar, vielleicht, um irgendwie Fame zu bekommen oder ich, äh, zweifelhaften Fame zu bekommen oder ich, aufmerk's, ich, ist mir völlig unklar. Ähm, aber dann so die Leute, also, und das ist ja das eine, das, ich verstehe ich schon nicht. Ist bescheuert, verstehe ich nicht, aber gut, äh, jeder, wie er's halt, äh, wie er's mag, es gibt halt Deppen. Ähm, aber dann Leute, die hingehen, sowas dann hören und, also, das erste, erste ist, ich hör sowas und es springt sofort, es springt, gehen alle Alarmglocken in meinem Kopf an, weil ich, spätestens, wenn der Satz fällt, das wirst du niemals gedruckt irgendwo sehen, weil dann, sonst verklagen die Pharmafirmen uns alle, ähm, also, spätestens da ist der Bullshit-Detektor angegangen. Und was ich dann gemacht hätte, wenn's nicht, äh, direkt vor mir schon jemand anders gemacht hätte, ich hätte das einfach in Google eingegeben. Und was wäre passiert? Ich wäre bei Mimikama gelandet, wo ein Artikel stand, das ist übrigens alles Dreck. Und damit wäre die Sache ehrlich gewesen. Die wollen, dass du das glaubst. Ja, natürlich. Die Mimikama, die haben Angst vor der Pharmaindustrie. Wahrscheinlich, das könnte natürlich sein. Äh, die Frage ist jetzt aber, warum macht das nicht jeder? Ja, warum bekomme ich irgendwas zugeschickt von jemandem, der etwas von jemandem zugeschickt bekommen hat? Spätestens da wird's ja relativ unglaubwürdig. Und, ähm, und, nehmt das einfach für bare Münze. Also, das ist doch Schwachsinn. Das ist einfach hier ein verbrannter Schwachsinn. Es ist, weißt du, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, eine, eine Nachricht bekomme, ähm, wo, wo, äh, Also, wenn ich zum Beispiel hier aus erster Hand von, von, wie heißt er, Drosten? Mhm, ja. Genau, von, von, Herr Drosten, Professor Drosten von der, von der Virologie in, äh, in Berlin. Also, in der Charité. Äh, wenn der jetzt was direkt sagt, dann kann ich davon ausgehen, okay, der Mann, äh, der hat Virus, Virus studiert, der hat wahrscheinlich recht. Und der, zusätzlich ist er nicht irgendwer, der, der mal zufällig ein bisschen, ähm, Dinge studiert hat, sondern er ist der Leiter der Virologie in der Charité. Also, vermutlich weiß er so halbwegs, was er, äh, wovon er redet. Ähm, wenn der jetzt in einem NDR-Podcast was sagt, kann ich davon ausgehen, das ist vermutlich relativ nah an der Wahrheit. Oder vielleicht ist es sogar die Wahrheit. Aber was ist schon die Wahrheit? Wenn jetzt aber jemand halt sagt, ich hab das von jemandem gehört, der, weißt du, der arbeitet in der so und so. Da ist, da ist so viel Flüsterpost dazwischen, dass selbst wenn die erste Person die Wahrheit gesprochen hätte, äh, äh, also wir wissen ja, wie das ist, wenn einer jemand anderes was erzählt und der erzählt es weiter. Da kommt halt die Hälfte nicht an. Aber ganz im Ernst, das ist, ich meine, das ist, das Argument kann man immer ganz viel bringen, aber das ist, glaube ich, was, was du lernen musst, äh, als Kind. Das ist deine Aufgabe hier als Vater, kannst du mal vorbereiten. Ja, ja. Kinder, Kinder müssen erzogen werden, dass, dass, dass die Welt halt so aussieht und dass sie halt diese Sachen erkennen müssen und, und die hinterfragen müssen. Und es geht halt, ich meine, wir hatten es damals früher leicht, weißt du, hast halt im Mathebuch gelernt, super, war richtig, hat gepasst, so, weißt du. Heute ist halt vielleicht wichtiger, dass du irgendwie halt die Quellen recherchierst und, und, also das, das wird eine interessante Herausforderung so für, für die nächste Generation, für uns natürlich auch. Also, ich will mir keinen abschreiben oder so, also definitiv nicht, aber, aber das ist, es hängt, glaube ich, wirklich damit zusammen, dass viele halt, ähm, auch eben, wo du den Drossen zum Beispiel ansprichst, ne, als, ähm, der, der, der hat sich in der letzten Folge, also der, 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 kannst du eine halbe Stunde täglich hören und dann bist du eigentlich ganz gut informiert, so. Also, ich bin da sehr zufrieden, also, äh, das ist eine ganz gute Empfehlung. Ähm, auch der zum Beispiel ist irgendwie falsch zitiert worden, ähm, in der, in der, in der, hat sich sehr aufgeregt darüber, dass halt Leute seine Zitate genommen haben. Ja, aber die, über die spanische Grippe sprach von 1918 irgendwann. Also, ich meine, ja, also deswegen, da gehört schon ein bisschen was dazu, halt zur Originalquelle zu gehen und so weiter. Und dann, das ist keine leichte Aufgabe und das, ich, ehrlich gesagt, alle weitergeleiteten Nachrichten, das ist alles, landet bei mir automatisch schon im Spam so rausgefiltert und so weiter. Aber das kommt auch nur, weil man sich dann, ähm, weil man, weil man, ja, einfach durch, dass man das praktiziert hat so viele Jahre, man geübt hat, so, weißt du? Ähm, und ich bin ja definitiv nicht fehlerfrei oder so, aber, aber, aber ich versuche das zumindest so in die richtigen Ordner schon mal einzusortieren und halt dieser, ich meine, und die Fehler haben wir vielleicht alle gemacht, den schnellen Retreat, so, vor fünf Jahren und so weiter, den machst du vielleicht heute nicht mehr so und das wird hoffentlich dann noch besser mit den nachfolgenden Generationen oder so, die das, ne, schnell mal Retreaten oder gleich sofort empört sein, dieser, diese, diese Empörtheit und, und, äh, ohne das nachzuvollzogen zu haben und so weiter, ist halt, was, was in allen passieren kann, aber halt auch gelernt werden muss, ähm, dass du das halt, äh, dass du nicht jede Information sofort als für wahre Münze nimmst, hast du, vor 30 Jahren konntest du das, glaube ich, also, da, weißt du, hat irgendeine Zeitung was geschrieben und was konntest du, ich meine, Quatsch gab's schon immer auf der Welt und so weiter, aber trotzdem, ähm, äh, weil, jeder hat jetzt eine Stimme und dann wird die auch gebraucht und viele von den Stimmen sind halt auch anders motiviert als die Wahrheit und daher muss man das ein bisschen durch, durch den Dschungel. Wenn du dir jetzt auch irgendwelche Pressekonferenzen anschaust oder so, altes Beispiel ist Tim Cook, wie er diese FBI-Diskussion, ähm, irgendwie führt und da gibt's ein Interview, das ist irgendwie insgesamt eine Stunde lang und er sagt im Grunde 30 Mal das Gleiche. Und Tim Cook macht es und er liefert 30 Varianten von der gleichen Aussage ab in verschiedenen Formulierungen und verschiedenen Längen, aber er kann sich, er ist erst so gut, dass er halt, äh, die Statements so absetzt, dass sich derjenige, der hinterher dieses Interview editiert und dann 10 Sekunden Soundbyte rauszieht, nichts falsch rausziehen kann, weil er ihm überhaupt die Vorlage erst gar nicht liefert. Wenn man dieses alte Tim Cook-Interview sich da nochmal raussucht, ähm, das ist sehr, sehr beeindruckend, wie er für den 10 Sekunden Soundbyte spricht. Und jetzt hörst du dir halt so eine halbe Stunde Podcast mit einem Drosten an und da kann man jederzeit sich was zusammenschneiden und einen Auszug rausnehmen und dann stimmt's halt nicht. Das ist halt das Blöde an der Sache, dass wir, also dass wir, ähm, Content für, für so die, äh, blödes Wort, weil das leider von, von den Nazis belegt ist, von den Mainstream-Medien, äh, wenn du dir da halt, wenn du Content dafür die machen willst, dann muss das halt irgendwie in einen 5-Sekunden-Soundbyte machen, naja, passen. Und das, und da sind wir natürlich, weißt du, wenn du sagst hier, ähm, das neue iPhone, das kannst du halt in 5 Sekunden Soundbyte stecken, weil du halt sagen kannst, naja, dann beulen wir es halt runter auf, ähm, geile neue Kamera. Punkt. Das kannst du halt vielleicht mit der aktuellen Lage nicht machen. Und dann ist es natürlich schwierig, dass du sagst, naja, aber wir können halt nicht mehr als 5 Sekunden. Das ist halt doof, aber geht halt nicht mehr. Und da hast du halt in einem Podcast die Zeit und, ähm, das, das ist schon, also da, da machen sie, glaube ich, was, was, ich weiß nicht, ob das so schon mal gemacht wurde, dass sie halt jeden Tag mit einem Experten, also natürlich gibt's nicht solche Situationen so oft, wo du halt jeden Tag mit dem gleichen Experten über irgendwas reden kannst, weil sich da so über längere Zeit was entwickelt. Aber das ist, glaube ich, ähm, und dieser NDR-Podcast, der Professor Drosten, der ändert ja dann auch seine Meinung. Ja. Hat er irgendwas anderes gelesen, ändert er seine Meinung, zum Beispiel zu Schulschließungen. Ähm, jetzt dieses. Auch eine Qualität einfach. Das zu einem. Das lustige ist, dass das in der heutigen Gesellschaft nicht als Qualität oft angesehen wird, wenn man seine Meinung ändert. Es gibt Leute, die sehr verwirrt davon sind, wenn Meinungen geändert werden. Ja, ja. So, was? Unmöglich! Ja, und das ist auch immer gleich für viele Leute direkt ein Beweis dafür, dass alles falsch ist. Dass alles falsch ist. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich haarsträubend, aber, und gut, es sind aber halt Leute, die verstehen nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Naja, das ist auch in Ami-Wahlkämpfen wird das gerne als Flip-Flopping bezeichnet, ne? Ja, also irgendwie, weiß nicht, John Kerry war in den 70ern gegen den Krieg und jetzt also für Krieg oder andersrum. Ja. Das ist eine völlig andere Geschichte jetzt möglicherweise. Oder er ist tatsächlich so einer, wie halt irgendwie Politiker X, der halt sich alle fünf Sekunden was anderes überlegt, was ihm halt gerade opportun erscheint. Aber es ist halt immer blöd, wenn die Welt kompliziert ist. Ja, es ist halt blöd. Also es ist halt blöd, wenn es kompliziert ist. Ja. Das macht es halt, ja, macht es halt einfach schwieriger. Und in den USA merkst du das ja sowieso im Moment, dass sich das ganze Land halt natürlich aufgespaltet hat in zwei Lager. Und da funktioniert sowieso vieles nur noch in bestimmten Weltbildern. Und was halt aus diesem Weltbild rausbricht, geht dann nicht mehr. Also das macht es natürlich sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob wir, in Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit, aber es ist, auch da sind diese komischen Grabenkrämpfe, Grabenkämpfe und ja, Grabenkrämpfe auch, fangen hier auch schon an letztlich. Ich meine, das siehst du ja bei den ganzen Diskussionen, was halt Auto und Verkehr und so weiter angeht, da wird es auch schnell schwierig. Und da, ja, es ist halt, ja, es ist knifflig, sich da durchzumanövrieren. Und jetzt bei so einem, bei einem ganz, also ich meine, diese Art von Bedrohungsszenario und wir haben Naturkatastrophe oder was auch immer, wie auch immer man das dann bezeichnen will. Ich fand die Bezeichnung als, als Zeit, Naturkatastrophe in Zeitlupe fand ich relativ gut, weil das, glaube ich, das ziemlich gut zusammenfasst und das auch so unglaublich seltsam macht, dieses Ganze, weil man ja irgendwie so zwischen, man schwankt ja so zwischen, das ist völlig egal und wir werden alle sterben irgendwo hin und her. Also das ist, das macht es so furchtbar, furchtbar schwierig zu fassen und ja, da ist es natürlich besonders, da liegen diese einfachen Erklärungen natürlich besonders nah und vielleicht braucht es da halt natürlich besonders viel Ruhe und Zeit eigentlich sich genau zu überlegen, was dann ist. Und halt auch nicht in ein einziges Geschrei an Forderungen auszubrechen. Ich meine, wir hatten ja auch zuerst, ich meine, erst gibt es das Geschrei, nicht die ganze Wirtschaft kaputt machen und dann kam das Geschrei, jetzt muss alles abgeschlossen werden. Am besten, wir machen alles dicht, grenzendicht. Wir alle bleiben einfach zu Hause für drei Monate. Also irgendwie kann das auch nicht Weisheit der letzten Schluss sein oder die letzte Lösung des Ganzen sein. Also es ist halt irgendwo schwierig und vor allem ist es halt schwierig, wenn du halt an dem Punkt angelangt bist, dass du deiner eigenen Regierung halt gar kein Vertrauen mehr entgegenbringen kannst. Und ich meine, wenn sich Trump mit seinem USA-Hütchen halt hinstellt, es fällt schwer, da Vertrauen natürlich entgegenzubringen. Das ist jetzt nicht unsere Regierung, aber als Beispiel und das macht es natürlich extrem, extrem schwierig. Ja, ich glaube, ich lasse heute die Pre-Show einfach auch an einer normalen Sendung dran, weil das ist, glaube ich, relevant. Das halte ich für gut. Und dann, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal normal an. Es wäre komisch, oder? Leute haben doch jetzt auch viel Zeit. Work from home. Ja, bevor wir anfangen, ich glaube, ich müssen wir noch ganz kurz hier, weil es ist just in, Breaking News. Noch einen. Ja, ja, ja. Basti, 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 Newsticker ausschalten. Die News ist eigentlich nur für dich, Leo, weil Hörer Manuel hat gerade in unsere Strava, wir haben das Bits & The Running Team, hat gerade in die Strava-Gruppe ein Foto gepostet von seinem Rennrad, wo er sich den Bananenhalter anbaut hat. Ja, das ist der Hit. Das ist wirklich der Hit. Also, ich kann das nicht genug empfehlen. Ja, vor allem, weil der ist schon eindeutig einen Schritt weiter, weil da ist es wenigstens schon am Fahrrad. Das ist richtig. Also, da hat er dir definitiv was vor, was ist denn da wirklich? Also, es ist der Knaller. Da kann man nichts anderes sagen. Das ist einfach sehr, sehr gut ausgerüstet. Demo, du musst auf jeden Fall diese Pre-Show an der Sendung dranlassen, wenn wir mit Bananenhaltern einsteigen. Die Leute erklären uns für verrückt, für völlig weltfremd, für völlig abgedreht. Ja, ja. Ach, ja. Der Bananenhalter. Der ist einfach sehr gut. Ja, nee, wir fangen jetzt einfach mal normal an und dann schauen wir mal, dass die Themen werden sich sowieso in die gleiche Richtung weiterentwickeln, habe ich das Gefühl. Denke auch. Okay, auf geht's.